Schnell! Eure Gegenwehr ist vergebens! Da laufen auch noch zwei Amok. Geht's los? Von mir aus! Nor wird uns rächen! Auch gut! Genau, und auf zu meinen Gebäuden. Das ist gut. Also zu meinen Defense-Gebäuden. Gut. Geschafft! Das heißt, wir müssen noch Razar jetzt loswerden. Jetzt will ich mir aber erstmal diese Rolle hier zur Hüte führen. Hm. Warum habe ich da den Magier rein, wenn der Metallist eigentlich besser ist? Ja, okay. Kann ich noch nicht austauschen. Sollte ich auch mit dem ein bisschen machen. So, dann gucken wir mal. Du. Auf jeden Fall das Seelenschwert. Und der Feuertanz. Feuertanz finde ich toll. Auf jeden Fall. Auch wenn der Drachenzahn mehr Schaden macht. Dann nehmt der Drachenzahn. So, rüstungsmäßig. Ja, ohne alte Rüstung. Klar, aber ein felsgrauer Panzer ist wahrscheinlich besser. Männlichkeit, Geschicklichkeit nämlich. Hartlederbeinpanzer ist wahrscheinlich hier das Beste, was wir haben. Wobei, gute Beinschienen sind noch besser. Ein Helm aus Elfenstahl. Meisterring der Diebe ist okay. Und ne gefrorene Zeil, das ist auch okay. Gut. Du jetzt. Flammenauge. Wobei, du kannst kleine Klingenwaffen. Dann nimmst du das Ding. Nimmst den Schild. Die Robe. Ob sie eine Maske des Erzmagiers ist okay. Ah, ringmäßig. Die Beins. So. Dann kann ich euch alle mal wieder beleben. Was? Was auch immer der Handwerker da unten. Achso, der geht jetzt da unter Bäume fällen, ne? Ja. Oh, wenn du schon hier bist. Ja schon. Geh mal hier rüber. Ring der Viel. Meisterkurzschwert. Ring der Magiegemeinschaft. Ja schon. Dorthin. Klinge nach ziemlich starken Dingern. So, mein neuer Kämpfer kann durchhalten. Das ist gut. Tja, viel wurde eingerissen. Kann aber noch ein paar Units wieder rekrutieren. Gebt euren Befehl. Für die Ehre. Ja. Auf mein Zeichen. Schnell. Mir nach. Ja, gerade, dass ich den Troll, äh, den Ober verloren habe, ist ein bisschen doof. Oh. Ich denke aber, ich habe hier alles aufgewundschaftet. Werden wir sehen, ob da noch irgendwas dann nachher wieder aufflammt, wenn wir hierher zurückkehren. Die Irrwische ignoriere ich einfach mal. Halte durch, Männer! Ja, ich mache jetzt nochmal eine kleine Armee. Okay. Also ja, das ist echt nervig gewesen, dass sie ständig dieses Monument angegriffen haben. Und dann am Schluss auch noch mit einer riesen Armee gekommen sind. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schlau sind, hier unten langzugehen. Wahrscheinlich hier hochzukommen oder sogar da drüben lang. Das hätte ich aber sehen müssen. Eigentlich, wenn sie über den Seelenfels gekommen wären. Was? Wie? Für die Macht Nors! So, warten wir noch, bis die letzten beiden ausgebildet sind. Ich sehe eigentlich nur noch Irrwisch und keine Kitei mehr rumlaufen. Außer Raza natürlich. Der den hohen Archon im Bedrängnis hat. Für die Ehre! Eigentlich auch nicht, aber das sieht aus wie ein Hexer. Wir sind der Tod! Auf mein Kommando! So, folgt mir! Auf mein Befehl! Ja, der atmende Wald. Auf meinen Befehl! Da geht's dann als nächstes hin. Schließ die rein! Die Rune ruft. Das ist so gut. Ey, cool. Meine Metallistin kann auch zu ersetzen. Was kann sie schockieren? Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! So, ihr unneute Rüstung. Zergische Kriegssachst. Tag, Kumpel. Setzt mich frei! Licht Peter! Oh, jede Menge Zeug. Was? Von mir aus! Ein Lichtgläubiger. Ich werde von einem elenden Lichtgläubigen gerettet. Ich werde meine Soldaten zu Tode foltern lassen. Seid kein Narr, Archon. Ihr seid frei. Nur das zählt. Zu einer anderen Zeit hätte ich euch die Zunge verfaulen lassen für diese Worte. Doch die Ehre gebietet mir, euch zu verschonen. Nennt mir die Form, in der ihr meine Dankbarkeit erfahren wollt. Damit diese unsägliche Schuld rasch beglichen sein möge. Helft mir gegen die Eisernen. Ohne meine Armeen kann ich euch nur eine Hilfe anbieten. Die Eisernen folgen den dunklen Pfaden der Magie. So wie wir Norkain auch. Ich kenne ihre Kräfte und ich kann euch dagegen schützen. Der Schutz wirkt nur für kurze Zeit. Doch er bewahrt euch vor allen schwarzmagischen Kräften, ebenso wie vor ihren Bauwerken. Damit bleibt euch genug Zeit, um zwischen ihnen hindurch zum Portal nach Urgard zu gelangen. Von dort an seid ihr auf euch allein gestellt. Kehrt zu mir zurück, falls ihr den Schutz erneut benötigt. Damit soll meine Schuld beglichen sein, Lichtbeter. Ja, gut. Den Schutz holen wir uns aber erstmal noch nicht. Seelenfeuer. Zauberzone des Lichts. Halt bis zu vier verbindete Einheiten in einem Areal. Okay, die nehme ich mal rein. Hier noch was besonderes? Nö. Gut, Questgegenstands mäßig wahrscheinlich auch nicht. Ja, gehen wir mal kurz während wir zum Seelenstein zurückgehen. Gucken wir uns mal die neuen Sachen an, die wir hier haben. Also erstmal der Kriegsherr ist natürlich... Der Todesritter sind Nahkampfeinheiten. Mondsilber und Eisen und Mondsilber und Aria. Das ist eine verdammt teure Einheit der Todesritter. So, mittleres Haupthaus. So, okay. Oh, die Pilzfarm und die Mondsilbermine. Steinmetz und Mondsilber. Okay. Steinmetz. Und mit der Pilzfarm haben wir, Gott sei Dank, das bessere Nahrungsgebäude. Schmiede. Schmiede. Moniksturm. Und die beiden da hinten. Schattenschmiede und Mondsilberwerkstatt, ja. Also ich glaube, die Menschen sind die einzigen, die mehr Gebäude haben bis jetzt. Zwerge kriegen zwei nicht voll. Okay, Elfen haben auch immer noch gerade so mehr. Orks haben genauso viel, Trolle haben weniger. Ja. Okay, Orks haben auch noch ein Gebäude mehr. Gut. So, jetzt aber geht's zurück nach Graufurt erstmal. Bevor wir uns nach Urgav wagen, wollen wir die beiden Nebenquests noch abschließen, da wir das jetzt können. Also porten wir uns erstmal nach Graufurt. aus des Ordens. So, aber ich würde sagen, an der Stelle, bevor wir dann weitermachen mit den beiden Sidequests, und uns dann nach Urgav begeben. Äh, ist es erstmal wieder Zeit zu speichern. Let's Play überschreiben wir. Und dann gibt's erstmal einen Cut. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.